Herzlich Willkommen zu diesem weiteren Video aus meiner Reihe Fotografieren mit dem Smartphone. Heute geht es um Spiegelungen und Symmetrien und wir schauen uns das ein bisschen im Zusammenhang mit der app camera mix an diese gratis app da habe ich einen lehrgang ein einführungsvideo schon gemacht und grundlagenvideo gemacht wieder einfacher mit der app camera mix tolle smartphone fotos machen kannst diese app hat folgenden vorteil also eigentlich besonders für einsteiger weil doch einiges möglich ist aber man nicht überfordert ist mit den vielen einstellungsmöglichkeiten aber diese inhalte spiegel und symmetrien fotografieren das kannst du natürlich auch mit anderen apps natürlich zustande bringen also in dem fall lohnt es sich auf jeden fall dran zu bleiben schauen wir uns an was spiegelungen dann sind spiegelungen sind immer anhand einer spiegelachse das kennst du vielleicht auch aus deinem mathematikunterricht es gibt eine spiegelachse und auf beiden seiten der spiegelachse gibt es im prinzip das gleiche oder ähnliche und ein bisschen kann man natürlich dann das natürlich so verwenden dass man dann tolle fotos machen kann daher oben haben wir zum beispiel eine spiegelung einer glaskugel glaskugeln gibt es schon mittlerweile eigene glaskugeln zur fotografie sind gar nicht sehr teuer da kann man tolle effekte ziehen dass man vordergrund scharf stellt und oder ein hintergrund scharf stellt je nachdem da kann man ganz tolle effekte dann machen oder im klassisch in einem see zum beispiel oder teich kann man dann ja auch fotografieren womit man spielen kann ist dass man sagt macht nicht wie hier dass die spiegelachse jetzt genau dann in der mitte des bildes ist dass sie da angerichtet sondern dass man auch unterschiedlichen bereichen des fotos das anordnen kann wieder heroben zum beispiel die spiegelachse gar nicht so klar erkennbar man kann es auch kombinieren mit anderen effekten im bouquet effekt zum beispiel oder mit anderen stilmittel oben machen wir zum beispiel auch den vordergrund macht gesund das ist dass ich im vordergrund was hinein was spannende ist der hintergrund ist ja unscharf ja da kann man mehrere dinge die mir jetzt schon kennengelernt haben in anderen videos kann man das sehr gut kombinieren ja dann geht es darum dass man das auch dann mal anwendet suchte mal wirklich ein motiv oder eine spiegelung gut verwenden kannst gehen mal zum bachfluss was auch immer oder wasser oder oder andere dinge und schau dass du dort eine spiegelung zustande bringt vielleicht wenn es doch wirklich einen spiegel und macht da ein foto das ganz spannend ist als nächstes schauen wir uns symmetrien an symmetrien gibt es dementsprechend ähnlich wie der spiegelachse durch symmetrien achsen ich habe hier dann einen schrank fotografiert da kann man das sehr sehr schön sehen dass man links und rechts die symmetrie angeordnet man muss diese symmetrie achse natürlich nicht einfach in der mitte eines bildes machen da kann es auch ein bisschen schräg anordnen hier in dem fall zum beispiel dieses kurhaus in der schönen stadt meran da ist auch die dinge sind hier dann zum teil eben symmetrisch angeordnet ja und da kann man auch mit diesen symmetrien ein bisschen spielen man kann auch die drittel regelung dann mit hinein nehmen sich überlegen verwende ich sie jetzt wenn ich sie nicht du kannst dich erinnern ein video mit dem entsprechenden raster und in dem fall habe ich bewusst darauf verzichte weil man eine spannende aussage in den bildern zustande bekommt ja und auch natürlich was die symmetrie achse betrifft geht es darum dass man das ganze dann ausprobiert mit einer aufgabe sucht ein motiv wo du eine symmetrie entdecken kannst vielleicht bei einem größeren höheren gebäude und spielt ein bisschen damit dass du die symmetrie mit hinein nimmst und vielleicht auch ein bisschen abweichen von der symmetrie dann irgendwie spannend dann machst dann im golden schnitt probiere einfach und experimentieren wenig und muss die möglichkeiten die diesmal smartphone kamera bietet ja danke für deine aufmerksamkeit und wir sehen sicherlich wieder in einem anderen video